Hallo, hier möchte ich euch einen Schuh vorstellen, der speziell für schwere Läufer gefertigt wurde. Und zwar ist es der Brooks Diet 7. Er ist ein absolutes High-End-Modell, was Komfort und Passform angeht. Speziell die ruhigen Laufeinheiten auf langen Strecken sind mit diesem Modell ein Erlebnis. Mit dem neuen Caterpillar Crashpad setzt der Diet ein Ausrufezeichen. Mit dieser neuen Technologie wird er ein punktgenaues Abrollverhalten ermöglicht. Der gerade Leisten und die stabilen Archpods im Mittelsäulenbereich sind besonders geeignet für schwere und große Läufer. Die beiden unabhängig voneinander positionierten passiven Stützen sorgen für eine zusätzliche Stabilität. Völlig einzigartig ist das adaptive DNA-Dämpfungssystem von Brooks im Fersenbereich. Es passt sich deiner Laufgeschwindigkeit und deinem Körpergewicht individuell an. Bei diesem Modell setzt Brooks auf die Hydroflow-Technologie im Vorfußbereich. Sie steht für eine gute Dämpfung und für eine sehr gute Rückstellkraft. Damit bekommst du die perfekte auf dich abgestimmte Dämpfung mit einem weichen und komfortablen Laufgefühl. Der Brooks Diet 7 begeistert alle Läufer mit mehr Körpergewicht und das auf allen Strecken. Der Brooks Diet 7 begeistert alle Läufer mit mehr Körpergewicht und das auf allen Strecken.